1. FC Nürnberg gegen Bayern München. Das ist das absolute Spitzenspiel des 24. Spieltags in der Regionalliga Bayern und die Begegnung zwischen Klub 2 und Bayern 2 gibt es heute Abend am Sonntag ab 20 Uhr auf www.bv.tv zu sehen und natürlich hier bei YouTube ab Mittwoch. Nürnberg 2 gegen Bayern 2, der absolute Kracher. Ab 20 Uhr freuen Sie sich drauf bei www.bv.tv, Ihrem bayerischen Fußballmagazin.